Also, Wake and Jam Festival 2012. Wir haben neues Festival TV und sind sehr stolz. Unser erstes Act, welches heute auf der Hauptbühne gespielt hat, dürfen wir vorstellen. Nordseite. Neues. Bitte schnell vorstellen. Für den Charly, den Drummer. Ich bin der Logo Sing und Zag, DJ und Perkussionist. Ich bin der Marky, ich spiele Gitarre und singe. Ich bin immer noch Zara. Thomson, Gesal. Luke, Klavier und Orgelen. Michu, Bassist. Ok, grosse grosse Brüste, aber Hauptsache gelenkig. Was habt ihr sonst noch zu bieten? Bist du verwirrt wegen dieser Frage? Nein, ich bin überhaupt nicht verwirrt. Ich habe keine grosse Brüste, aber ich bin die Gelenke. Ok, dann kannst du ja mitmachen. Apropos mitmachen. Wir haben am 25. August die erste Schweizer Meisterschaft im Blopp-Jumpen. Morgen halb 5 Uhr fängt die erste Ausscheidung statt. Was sind wir dabei? Bildet Nordseite ein Blopp-Jump-Team. Wir haben hier einen Blopp-Jumpen. Ich kenne mal, was Blopp-Jumpen ist. Ich glaube, Blopp-Jumpen ist 5, kommt man runter und der Schlagzeugerspekt ist eh, oder? Schlagzeugerspekt? Schlagzeugerspekt auf Syche-Eh? So, das heisst, du bist der Schlagzeuger. Ja. Was heisst zu dir neue Aufgaben als Fliegerplopp-Jumpen? Ich würde sagen, ich habe gute Chancen, weil ich bin recht leicht. Ich habe... Und ich habe starke Mannen, nicht mehr. Und ich bin recht gelenkig. Und auf das kommt es an. Das haben wir ja jetzt erklärt. Also, meine Damen und Herren, sehr stolz präsentiere ich euch jetzt unser neues Team für die Schweizer Meisterschaft im Blopp-Jumpen. Oh yeah! Danke vielmals! Hey! 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 Hey!